ich habe was gehört aber ich weiß von vorne achtung flugzeug direkt vor uns mit den schüssen ich bin jetzt die kamen auf jeden fall von ist und wir haben wirklich mit zwei autos fahren oder warum nicht was spricht dagegen als einem könntest du rausschießen die beifahrer ja im endeffekt ja ist es im endeffekt ich weiß nicht können bleiben ich weiß ob es besser ist du wirst halt auch wenn die auch auf die scheibe schießen vorne und treffen nicht nur ja klar wir sind ja ich glaube ich verstecken ich glaube ich war hier mal da vielleicht ein stück das auto auto geradeaus noch einer zwei unter der brüche das war pick up und schieb schieb habe ich nur gesehen kommt so langsam das polizei ich stelle mich hier im busch rein nächstes punkt wissen sicher wir müssen uns hier verkämmen der licht im busch komme hier weiter her weiter hinten runter dass wir so dass wir nicht gesehen werden aber rüber gucken können ach du scheiße du ist geil das polizeiauto ist ja richtig schlecht haben wir es angepasst dass der schieb zum beispiel im gelände besser ist ja das kann sein weil mit dem geht es fast gar nichts mehr ich höre ich jetzt keine probleme den rückwärtsgang kannst du eh vergessen beim polizei der rückwärtsgang ja da kann ich noch kein backflip machen genau das machen ja wie ein rocket league ja geladen geladen ich kann nicht mehr aussteigen aus meinem auto ne wieder der war kein scheiß das ist ein scheiß bug das hatte ich doch schon mal weißt du es noch ja da kannst du kannst du nicht benutzen drück mal drück mal tab und bewegt mal die maus rum mit der maus da rum bewegen ja dann tab mal weg und dann probieren wir noch mal mit eh ansonsten probier mal die du kannst nicht aufs auto schießen ey ich kenn gar nichts da der kommt ja und noch ein auto auch ganz viele spieler hier jetzt ich bin der rechte der bin ich ich weiß ich sehe nicht ich sehe nicht da oben sind ganz viele autos mit einer außen sagt es mir rechts kommt einer recht ich sehe ich sehe ich sehe ich fahr drauf da das steht nehmen und ja durften noch fünf also habe ich dann habe ich dir von links kann noch eine die links kommen die links ja das oben hier rechts habe ich in damen sind was gehört gerade spieler schießt du ich zwei spieler ja ich habe überfahren recht ein überfahren da ist noch einer noch einer hier baum ich gehe ich war von hinten drauf ich kann nicht immer mal ich habe noch was noch richtig ich habe da drauf zu habe ich ihn nein habe ich habe ich weiß dass nur noch einer ich war nicht das kurz mich so an dass sie nicht aussteigen kann ich muss erst mal hardcore hier macht sind wir selbst neben links wo bist du ach da bist du sollten aber der hat nichts heute habe ich schon volle margen mit prozent hast du noch wir müssen zum gas gucken links müssen allerdings da sind überall säcke schießt rechts anbauen ich bin fast tot ich fahre weg ich bin auch fast tot ok jetzt drauf ich bin tot du hast ja ja ist das ein witz wir sind erster oder ja nice good game ne ist er wirklich tot ja wir sind schon machen wir tap ich bin da bin da chicken dinner ne bei mir steht nicht bei bei mir steht einfach nur dein team ist noch im match recht ja deswegen vielleicht musst du aussteigen ending winter celebration 30 sekunden lol alter wie das jetzt noch geschafft haben ja und ich muss alles hier verballern hey hallo alter ich habe da auch guten job noch gleich zum glück ist er von mir weggelaufen rückwärts dass du umfahren konnte ist weil der ja weil weil ich ausgestiegen bin hat sich voll auf mich konzentrieren ja lol selbst mit dem back so fünf sekunden jetzt und bin da bin da schicken da ja geboren erster platz ja wohl geil alter elite bergmacher alles einmal event ticket geil hat toll das rap steckt jetzt das t-shirt hier das red battle royale immer noch nicht ne ich glaube nicht jetzt noch einen normalen server und dann mache ich alles mal aktiv nachschauen was ich kriege alles war geil aber dann dann Untertitelung des ZDF, 2020